Unterstützung von der Finanzgruppe Sparkasse Lionel Feininger Galerie hat viel vor Die Lionel Feininger Galerie in Quedlinburg ist eines der beliebtesten Museen und wird stets gut besucht. Die Corona-bedingte Schließung bedeutete allerdings auch für diese Kulturstätte ausbleibende Besucher und die Nichtnutzung einer Ausstellung. Denn aktuell bietet die Lionel Feininger Galerie zu Ehren seines 150. Geburtstages eine Sonderausstellung. Für viele ist Lionel Feininger im Zusammenhang mit Quedlinburg allerdings kein Begriff. Als Feininger das Land verlassen musste und 1937 emigriert ist, hat er eben seine Werke bei dem Bauhausfreund Hermann Klum zurückgelassen. Der hat sie über die Nazizeit, die Kriegszeit und schließlich auch die DDR gerettet. Und ein Teil der Sammlung ist, oder der größte Teil der Werke ist eben hier verblieben. Ein Teil ist noch an die Erben Feiningers zurückgegangen und gerade mit diesem grafischen Bestand, der hier verblieben ist, das ist der Grundstock unseres Hauses. Die aktuelle Ausstellung wurde bis zum 9.01.2022 verlängert. Doch auch danach soll es in der Galerie weitergehen. Dazu werden Pläne geschmiedet, die Großes beinhalten. Allerdings benötigt es, um die Pläne umzusetzen, tatkräftige Unterstützung. Die Finanzgruppe der Sparkasse hat sich bereits vor Jahren der Lionel Feininger Galerie in Quedlinburg verschrieben. Nicht nur die Harz Sparkasse, sondern die gesamte Finanzgruppe der Sparkasse unterstützt die Feininger Galerie, weil wir einfach glauben, dass wir gemeinsam, natürlich in erster Linie die Galerie, aber wir gemeinsam, die Stiftung der Karz Sparkasse in Quedlinburg und die Harz Sparkasse, ein echtes Standortmarketing hier für Quedlinburg hinbekommen. Und somit ein Magnet sind für viele Touristen und nicht nur aus der Harzregion oder aus unserem Land, sondern bundesweit und deutlich darüber hinaus, vielleicht sogar aus dem Ausland. Ohne das Geld und die Unterstützung wäre eine derartige neue Dauerausstellung nicht realisierbar. Umso schöner, dass nicht nur die Harz Sparkasse, sondern die gesamte Finanzgruppe der Sparkasse, die Lionel Feininger Galerie unterstützt. Nun können die Pläne finalisiert und im nächsten Jahr umgesetzt werden. Wir richten eine neue Dauerausstellung ein, denn wir wollen dem Namen unseres Museums nochmal neue Bedeutung geben und da nochmal anknüpfen, dass wir eine neue Dauerausstellung einrichten, die spannend ist, die mitnimmt, die in das Leben und Werk unseres Namenspatrons Lionel Feininger einlädt, aber auch in die Geschichte des Hauses. Und ich glaube, da ist ein bisschen Bedarf, die alte Dauerausstellung zu verbessern. Und jetzt freuen wir uns, dass wir die Finanzen dafür haben und die Förderzusage. Was wird sich das verändern und wann wird die neue Dauerausstellung beginnen? Wir beginnen jetzt schon mit den Plänen dafür. Eröffnen wollen wir nächstes Jahr zu Ostern, also Ostern 2022. Verändern wird sich, wir dehnen die Fläche aus, wir werden zweisprachig, Deutsch, Englisch, werden auch in einfacher Sprache noch mitvermitteln. Wir werden neue Stationen, neue Schwerpunkte setzen, die eben in Leben und Werk einführen. Und wir werden eben auch Hermann Klump nochmal aufgreifen, der hier eben zur Gründung des Museums überhaupt beigetragen hat. Die Ausstellung soll im nächsten Jahr zu Ostern offiziell eröffnet werden. Bis dahin werden sowohl die aktuell ausgestellten Werke noch zu besichtigen sein und durch neue Attraktionen und Elemente ersetzt. Die Arbeit, die dahinter steckt und die dadurch entstehende Möglichkeit, sich diese neue Ausstellung überhaupt anzusehen, ist nur möglich durch die großzügige Unterstützung der Sparkasse. Jedoch hat der Landkreis die Arbeit mit der Lionel-Feininger-Galerie vorerst gekündigt und damit die Unterstützung zurückgezogen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017